Maximum 3, Maximum 3 Wir überspringen die 2 Und wollen unser Chai Maximum 3, Maximum 3 Wir wollen unser Chai, Chai, Chai Yeah! Oh! Was geht, Fati wieder am Start Wir kommen zum neuesten Unboxing mit dir Arriba Freunde, heute habe ich das Kollabo Album von unseren Brüdern Summer Jam und Casey Rebel Maximum 3, Limited Deluxe Edition und du bist dabei Ja, ja, hier ist das Prachtexemplar Die Deluxe Box von Maximum 3 in meinen Händen Ich küsse euer Ohrläppchen, euer Wellensittich was auch immer Vielen Dank, dass ihr mir das schon vorher geschickt habt Kuss geht raus Und Freunde, die haben mir extra in meiner Größe das Maximum 3 Sweatshirt reingeklatscht Ungelogen, No Joggers, passt mir Endlich, hier Einfach krass, zu wild In der Box ist auch nochmal ein Shirt, aber ein bisschen kleiner aber extra haben die noch dazu reingepackt und das ist wirklich mit Liebe Hey, vielen Dank Jungs Ich küsse euer Wellensittich Oh Freunde, das reflektiert sogar Ne, kein Spaß hier Warte, Kamera, sieht man mein Gesicht? Ich mache mit Blitz jetzt Warte, komisch Oh, warte mal so Behinderung, aber was soll ich machen? So Okay Äh, ja Vielleicht sieht man das vielleicht nicht Ja, sieht man nicht jetzt so Auf jeden Fall, wenn du Blitz einschaltest, dann reflektiert das Nicht nur das Produkt, also das Sweatshirt Sondern auch Das komplette Produkt von außen Von der Box Das hier Maximum 3 Hier auch Hier an der Seite Und hier auch Könnt ihr selber zu Hause testen No Flex Auf jeden Fall zu wild Feier ich sehr Und Freunde Zum Album müssen wir nicht sprechen Maximum 3 Hat direkt 1 und 2 Was 2 gar nicht existiert Getoppt Die Singles zu wild Und Chuck Giselle Feier ich sehr Und deswegen lassen wir jetzt direkt rein flexen Mit dem Butterfly vor Arme Etze Schnüppelt C6 Schneidet jede Box Ja, ja Jawoll Packen wir aus Und schnuppern wir die Produkte rein So, auf jeden Fall was ihr wissen Das Sweatshirt, das Album Und das T-Shirt ist hier drin Die haben einfach mal wirklich rasiert Und ohne, ne Sonst war Schnickschnack reingeklatscht Finde ich sehr, sehr nice Und ja, die wollen einfach Nur mit Qualität überzeugen Und wir wollen das jetzt mal rein schnuppern Maximum 3 So sieht das aus, ne Die Luxbox Finde ich edel Nice Von der Rückseite sieht das so aus Ne Maximum 3 sieht jetzt Dieses schwarze Schatten, ne Also sieht schon geil aus Vom Design Schöne Grüße an den Grafiker Und du kannst jetzt deine Meinung in die Kommentare hinterlassen So, jetzt packen wir das mal aus Von innen sieht das so aus Zap, zap Das lege ich mal hier hin Sieht man das Ey, bleibt stehen So Auf jeden Fall Und das zeige ich euch wie eine Präsentation Oh Okay So Ach wir haben Sticker Sticker ist drinnen Okay, das feiere ich sehr Sticker ist drinnen Aber sonst kein Schnickschnack Oh, das ist auch hochwertig Fühlt sich stabil an Ich feiere früher Obsthändler Das wiegt ungefähr 72,432 Gramm Mh, ordentlich So sieht es aus Ne Jeweils zwei Sticker Schmeckt Ob das reflektiert Ich glaube schon, Mann Lass mal testen Wo ist mein Smartphone Hey, Handy gibt dir ja Handy, ne Das ist hin So, bidaka So, chill Ich will das testen, Mann Ob das wirklich stimmt Äh, bitte Wenn das auch klappt Ey, das klappt glaube ich auch, Mann Also, man sieht das jetzt ein bisschen schwer vielleicht Aber, ich glaube, wenn du es wirklich dunkel hast Da reflektiert das auch Geil Also, die BAM treu Stabil Auf jeden Fall, jetzt kommen wir zum Sweatshirt Was ich gerade anhabe Ne Zeige ich euch nochmal In jetzt Eine größere, äh Eine Variante habe ich hier Und das Größte Keine Ahnung Was steht hier L oder so Müsste sein Ich will nicht lügen Auf jeden Fall kleiner Wenn ich das anziehe Die kleinere Variante habe ich so Bauchoffene Kann ich den Dreckbauchtanz machen De, 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 de Reingeschissen Aber naja Der Ärmel sieht so aus Wie ich eben gezeigt habe Da steht Ach, warte Da steht Maximum 3 Ne Auch reflektierend Ey, sieht man das? Da steckt man mein Ärmchen rein Ne, passt ja gar nicht Ist zu klein Auf jeden Fall Ja, hier steht Maximum 3 Ihr könnt das ja lesen Und ja Auf der anderen Seite Wie hier bei mir Steht auch Maximum, äh Klein, ne Maximum 3 Ne Kein Fake Hier auch Bei euch Wenn ihr die Edition holt Und Was steht denn noch Ah, hier am Kragen Ne Also, die haben wirklich qualitativ Gute Arbeit geleistet Muss man sagen Ja, was soll ich noch sagen Auf jeden Fall das reflektieren Ne Habe ich ja gerade bewiesen eigentlich Und Ja Finde ich gut Finde ich gut Ja, schmeckt So, weiter geht's Wir haben das Album, Freunde Ach, wie schön Maximum 3 Album, ne Das ist auch reflektierend, Freunde Trackliste So sieht's aus Ne Äh Wir haben das reflektierende Ding Pappe Ding Äh Ja Finde ich geil So sieht das aus, ne CD so So rum, glaube ich Oder so Keine Ahnung Und so Ja Das war's mit dem Album Ja Kann man nehmen 14 Songs Ne Ich will bis nachher vorher als du reinziehen Und meine Ey Wirklich Meine Anlage einfach laut Äh So Ne Ein bisschen höher Letzt Kommen wir zur Weste Wir haben zwei Textilprodukte Einmal das Album Und Noch Sticker Schmeckt Also ich bin zufrieden Und die Qualität Ey Krass Wahnsinn Leider haben die jetzt nicht in meiner Größe Das hier noch reingeklatscht Aber wer weiß 2024 ist mein Jahr Da wird es auch passen Inchallah So Auf jeden Fall Das ist die beste Freunde Logo Maximum Ne Das ist auch reflektierend Ja, ja Und das ist geil Guck mal Guck mal Einfach mal Der Reißverschluss Boah Junge Junge Wahnsinn Ach so geil Oh Guck mal sogar hier Wie geht das auf? Ach hier hinter musst du drücken Moment Sieht man das überhaupt? Da Schick Und dann geht es auf Geil Und kann es wieder zu machen Das ist geil Das ist geil Also man hat auch viele Taschen hier Mit so Reißverschluss Dingsbums Patch Oder wie das heißt Keine Ahnung Und ja Eins Zwei Drei Vier Boah Boah 5 Freunde Das ist auch reflektiert Natürlich Hier auf dem nacken Das logo Caso Revelo Und innen drin ist so Ja Kennst du diese Schwimmhose Badehose Netzding So ist das Man sieht es vielleicht Aber Ja natürlich Muss ja auch sein Ne Ist hier so eine weste Schwimmweste Kannst du anziehen Als Mode Als Grip Wie die Jugend heutzutage sagen würde Hier unten geht es weiter Ja hier an der Seite ist auch noch Tasche Tasche in Tasche Also kannst du die Ärmchen so zum Beispiel reinstecken In die Tasche Ne Ja Sieht man jetzt nicht 100% Aber ansonsten Baba Weste Ja Zieht das euch rein Das Album Ansonsten Was soll ich sagen Mehr gibt es nicht zu sagen Ne Maximum 3 Spricht für dich selber Und die Box ebenfalls Viel Spaß Und wir sehen uns beim nächsten Unboxing Arriba